In all time Was glaub ihr Ringe lohnt, herzlich willkommen zu meinem 16. CW Video auf meinem Kanal In dem Video spielen wir gegen den Clan Labour Was ich noch zu dem Clan nur sagen möchte, ist, dass wir den ungefähr vor einer Woche gespielt haben Das liegt einfach daran, dass ich in der letzten Zeit echt richtig wenig Zeit hatte Und wir jetzt am Wochenende echt ehrlich gesagt richtig reingeschissen haben, was CWs angeht Trotzdem war das meiner Meinung nach eigentlich eine relativ gute Aufnahme War echt ein spannender CW meiner Meinung nach Also das sollte kein Problem sein Außerdem möchte ich noch was zu den Bewerbungen sagen Ich bekomme immer und immer wieder Nachrichten auf dem Gommelserver oder auf Skype oder auf Twitter Wann ihr denn endlich Bescheid bekommt, was den Bewerbungen angeht Wir sind jetzt so gut wie fertig mit den über 200 Bewerbungen, was wir immer so nebenbei weitergemacht haben Und das dauert halt eben auch ein bisschen länger, wenn es über 200 sind Jetzt sind wir so gut wie fertig Also sollten diejenigen, für die wir uns entschieden haben, bald eine Nachricht bekommen Wann sie denn ins Bewerbungsgespräch eingeladen werden So, jetzt würde ich sagen, ich labere nicht mehr viel Lasst gerne mal ein Abo und ein Like da Und da würde ich einfach mal sagen, viel Spaß mit dem Video So meine Freunde Ja, ich habe gewinnt, das reicht, nicht mehr Ich werde jetzt einfach kurz gleich sein wenn ihr da mal mit 13 He curtest Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Vielleicht rein, in ihr nicht rein Drei, ich sollSCAPE Oh, ich soll da ohne Jungs 29 Elo Ah, lecker Schmecker Da hat vier Hits drin Der mit dem Bohn ist weg, oder? Fjbv3 Jawohl Jungen 29 Elo So spielt man Ja, ganz hinten Kommt zurück, kommt zurück Golderfrau Golderfrau Jungs, komm mal zurück Ich bin da gerade Die kommen gerade Oh my god, ich hab mich bewegt. Ich bin schon da, wenn er sich sprieft, ist er down. Einen Hit? Einen Hit hat er? Die Schafe dürfen nicht hier. Noch ein Hit? Drei Hits, drei Hits hat er. 14 Ewe, ich hab dir auch schon drei Hits gegeben. Wo denn? Wo denn? Mach doch da einfach hin. Ja, okay, ist safe, free. Warte, ja, ist free. Habt ihr auch 173 gemacht? Ja, ja, ne, ich hab normal gemacht. Ach, wo ist denn der andere? Ach, der ist da unten. Komm her, Junge! Ey, der ist OP, Alter, der hat ne Faust. Nein! Ich hab Stärke, Jungs. Ach, der Elo, Alter, zitter die. Ey, es kommt in die Base, kommt in die Base. Haben die Stärke. Geh mal auf die Stärke. Da ist die Stärke, da ist die Stärke. Mit, 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 mit. Ja, Ritball. Ich kann nicht abwarten. Als wenn. Komm schon. Komm schon. Ey, Jungs. Oh, fuck. Einer, einer, einer. Die haben beide keinen Dings. Doch, der Einer, oder? Einer kauft sich gleich, einer kauft sich gleich. Hab einen, hab einen, hab einen. Der mit der guten Pick, der andere hat keiner. Fisterdien, Fisterdien richtig. Der hat ne gute Pick. Der hat ne gute Pick. Fisterdien. Hab einen, hab einen, hab einen, hab einen. Jawohl, was? Also, die haben mir die weggefistet, Alter. Oh, nein, oh, nein, mach euch ruhig. Geh der nicht, geh. Luka, Ballahin, Ballahin. Du hast gott ihn an. Du hast gott ihn an. Luka, Alter, komm. Alter, wir wollen ne EC. Wir wollen ne EC, Jungs. Wir wollen ne EC, Jungs. Nicht durch, ich durchlaufen, Alter. Achtung, er kommt. Achtung, ne. Er geht auf die erste Schicht. Wir wollen ne EC. David. Mach jeden Eisenschwert, David. Wir wollen ne EC, Jungs. Wir wollen ne EC, Jungs. Warte, es leckt. Es leckt, ich krieg nur Hits. Ich glaube, ich nutze, Luca. Komm, David, schweig, Alter. Ich hab mir 7 Pfeile gekauft, Jungs. Mach jeden, bitte. Das kann ich nicht. Equip, 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 equip. Aus der Zem. Ja, okay. Warte, 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 warte. Alter, Jungs. Alter. Was noch jetzt, Alter? 27 Euro. Alter. Ich freu mir komplett. Alter, ich hol grad 3 14 Edel, GG Waffen zieht sich aus wie bei Wolkenlos im Wetter Achter Edel, Alter Ja, Mann Ist die höchste Schicht 110? Wenn man das Schicht nennen kann... Ja, ist es Ah, ich hol den Leiter! Hast du Leiter-MLG gemacht? Nein, ja, ich hatte Komo dabei Ich geh einfach in die Leiter rein, Jungs Achtung, Achtung, Achtung noch Ah, das war nice Dann noch mal den Teide friendly Melancholie egerstück Ich habe keine Blöcke gehört, falls irgendwas schief geht. Geh rein, blick hier rein. Perfekt. Warte, wir bauen Flat. 3-Stack, oder? 3-Stack. Zu uns, zu uns. Einer ist runter. Der Dritte hat verkackt. Auf den Nacken. Ist ganz drauf. Fuck, der Typ ist nicht runtergefallen. Du bist gar nicht rot. Komm mit Support an. Alter, als ob der genau da einen Block play ist. Er ist sowieso an der Leiter. Ich hätte den Trotz machen. Ja, ich weiß. Du hast schon rumgeschießt, rumgeschießt. Double-Hütte im Wanker, wie gesagt. Niggi. Ja, sehr unwahrscheinlich. Mach ich den machen. Schade, Luka. Ander da. Luka. Niggi. Luka. Ja, aber geh einfach hoch. Scheißmaus, Ben. Ich geh schon hoch. Am besten immer nur an Höhe gewinnen. Ich bin über den. Ja, du hättest jetzt... Du kannst auch gleich komplett hoch, wenn Niggi da noch ein bisschen weiter... Ja, okay. Ja, warte bis Luka oben ist und der ist halt. Na, down. Der eine ist auch one-hit. Was, du hast den meisten Luka? Ich f*** die Jungs. Was? Okay. Ja. Ja. Ja, ich könnte euch dann Supporte. Ey, die Droppen sind aber relativ viel. Ey, Luka, deine Freundin, Inspektor. Was hast du gesagt? Echt? Und die Nora? Ja, ja. Erklärt sich anderen. Wuuu. Was? Fernbeziehung ist der? Hyah, Luka komm hoch du dumme Stück Schiss. Du musst du sagen, dass meine Rod haben, Niggi. Ich geh rauf. Ja, wir tiens hier. Der Baudos hält und der hat komplett hochgehen können. Der ist wie besser. Ich hab keine Böcke noch drin. Achso. Ey, die sind so low, der Bogen. Bitte! Geht da einfach drauf. Ja. Ey, wenn wir draufgehen können, können wir nicht. Geh du hoch Kann ich grad hoch gehen? Geh hoch, geh hoch Ich sitze da, ja geh hoch, wenn wir drauf gehen David bleibt offen Pass auf, er kann dich gleich beim Da-Swarm blocken Naja Geh gut Naja, das Ding ist eher, hat mich quasi gerade besser Weil ich immer noch über dich in einem Ich gehe ein Stückchen nach hinten und dann auch wieder nach vorne Geh hoch Ja, ich weiß Ey, David, David Konzentrier dich erstmal nur darauf, einfach nur zu leben Nicht irgendwie Wir bauen unter Alter, es fuckt doch ab, Mann Die andere Posi war viel besser Die machen schon mal keine EPNs Ich bin auch da David, äh, Niki, ich bin auch da Ja, komm Ich gehe zum Schluss, ich habe Level 2, gott Warte, eine soll von vorne rein und die andere zwei von hinten Die sind nicht voll, ja Die sind nicht voll Ich brauche noch einmal Essen, hat jemand was zu essen noch? Luka, geh du von vorne Baut einfach auf Geh mit Luka Geh mit Luka von hinten Oh mein Gott, Alter Die sind so low Hinter dir, Niki Nein, ey Er hat zwei, hatte Er hat noch ein Hit drin Er hat noch ein Hit drin Er hat noch ein Hit drin Ich mach Waste Ja, was machen? Ja, was machen? Wäre jetzt sicher, was will ich? Schau mal, was die machen Wurde mal von Lenz Wester machen Alter, der hat Fastbridgen grad verkackt, der eine Soll ich in 1&1 mit dem Bogen gehen, dann hätten wir ihn 5% zu ergangen Fuck auf, Alter Ich konzentriere mich grad mal nur auf Ich bin down Ernst? Ja Wie kann der mich da treffen? Nicht erst Nee, IP erst nicht, aber einer Sind sie grad oben Ach komm, Alter Die sind da noch immer zurück Das war absolut dumm Wer ist grad Baste von uns? Aufbergf Mort² Mit der hast du Así nå kann ich in 2-4-Klege Achtung, Achtung Achtung Bett, 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 Bett Hattend, Fed Mett, Leute Ehm..Gleich noch ein empreittyer, medBlappe Jane Crawford Wie schnell weiß ihr bitte die Höhe aus? Hä? Niki sand du den Fail bekommenest Soll ich mit dem Bogen auf 1. Schicht gehen oder nicht? Schrafen Wo ist unser ganzes Gold? 1, 2, 3, 4 Fünf Schafe Ich hab halt gestern bestimmt viermal oder sie sie runtergeschossen und sie Schafe gemacht Amity 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 Äh nicht viel aber die Jetzt erst schlecht Die Schafe kommen gleich Das ist low Hä? Schafe kommen Achtung Achtung Oh Gott die gehen auf zweite Okay Alter Hä? Fertfertfert rechts Ich bin auf dem halben Schönen T-Boy 2 Schätzungsweise Minus 2 TNT TNT Minus 2,50 Zwei Stück Minus 2,50 Äh zwei sind ausgestattet Drei Stück Achtung Amity Achtung Amity Beide Down Entschuldigung Alter Niki Bitte Ich hab deine EC hingeplaced Jetzt haben die schonmal zwölf Gold gebracht Die haben auch so reingespalt Alter Alter ich pack so oft zurück Niki Ein OP Weg Bei mir packen nur die Black-Retailer Zwei OP Weg Aber auch nochmal so schnell Amity auf dem Kontra Amity ja Amity Achtung Niki äh Luca pass auf Äh Luca bei dir Okay wir spielen Und noch eine auf dem Kontra Jo Oh Ja Niki alter Ja genau Ah moine alter Was geht das Alter 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 Jüngel Komm Niki Mike Tyson alter Ja Boah Base Achtung Base Luca Ja die ist blieben Können wir unten schon werfen ist die Frage Nein Nein Zwei Zwei OP Weg Versuch mich gleich mal zu tauren Ja ich krieg so oft kein Foul-Damage Habt ihr das auch? Und ich leg auch übels oft zurück Nein Vielleicht kommt einmal die Zwei OP Weg Schafe Schafe Bei uns an Spawn Trip ist Fully cool Ich hoffe wir werden geschoben Achtung Einscharf explodiert oben glaube ich Oder? Ja ich bleib da stehen Ja Doch doch Alter Mich fuckt einfach grad ab wie wir oben verloren haben Ich frag mich grad immer noch wie der mich da treffen konnte Hey Magic Erste Schicht Erste Schicht Achtung Speed Es riecht sich Es riecht sich BAT 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 Alter bist du geil Nachdem er dich viermal getötet hat Nice Kommen wir die auf... Er wird die gleich auf mehr Cruiser wahrscheinlich Él, 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 Él Él es klingt immer zu seiner Mutter Einige Leute Ja Geht direkt auf Eltham Ich hab auch noch einen Baseball Ich kenn keine Grenzen hier Der einzige der Grenzen Hast du den da oben geholt, Nicky? Ja Der war low, oder? Ich hab's ja Popcorn, weil ihr spielt ganz großes Kino, Leute Ganz großes Kino Da wolltest du ja hier die IP mal so werfen Oh mein Gott Er stirbt aber auch Was? Das ist ein Gif Ah, die haben kein Endespawns, du kannst echt IP-Stack machen Nein, das soll nicht E-P wieder machen Okay, wo ich dich ausreißen Fick dich, Alter Ich hab'n 209er Fingerslob Hä? Alter Ich seh' einfach die Lobby, wenn ich respawn, Alter Kennst du das, Willow? Ja, tut gut nur In- und auswendig Da würdest du jetzt fast Versuchen IP zu werfen, oder? Ja, Nicky, der macht jetzt, oder? Jaa Alter, ich lag so krank rum, dass ich durch den Bug-Block, Mann Wo lebe ich? Durch den Bug-Block, weißt du Mach Rettungs-Planform, ganz viele Webs und Eisenpicke Für Rettungs-Planform Äh, erste Schicht Warte gleich, aber Er ist noch der Fan Ja, ich sag's doch schon mal Hey, wie viel Gold haben wir denn? Jetzt noch 18 Minuten Ah, okay Ey, dann lass doch WP oder so'n Check machen Ich hab' 19 3 Leute in der Base lassen einen machen Wie wär'n zurückgegangen, die ganze an der Spitze Ich hätt' gelacht, wenn ich alleine geworfen hätte Also ich wär' ready eigentlich Nicky, wir gehen dann beide erst mal auf PvP, gell? Hast du die beste Brust? Wollen wir? Ey Jungs, mach'n, mach'n Schnell, 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 schnell Nein, chill'n, locker, du krieg'n Mach'n WMZ, ne? Du musst da runter, Luger, also der andere Luger Du musst da schnell und schnell da gehen Schnell vollkippt er, Luger, schnell, schnell, schnell Wo ist die Stärke, wo ist die Stärke? Er geht ins Fahrzeug hoch Können wir, können wir? Er check'n, er check'n, er check'n Schnell Einer oben, an oben Einer oben, an oben Schönen Luger Der Bogen kommt, der Bogen kommt Achtung, ey, mit der Stärke, ist da vorhin Ein Hit Er ist down Nein, Jungs, 33 Elo Ganz kurz gehen wir, Leute, ganz kurz gehen Wir laufen unterten, Jungs Schreibt echt Ja, aber Nessens TV Video, oder? Ok Spannende Einer Untertitelung des ZDF, 2020